guten morgen ihr lieben wir haben montag und es ist jetzt ich glaube zehn vor fünf vor zehn morgens und ich werde die letzte woche ein bisschen filmfraulich hat nicht wirklich viel gefilmt aber es ist auch nicht wirklich viel spannend passiert deswegen hier habe ich die kamera jetzt nicht wirklich viel ausgepackt und diese woche dachte ich nehme ich die kamera mal wieder öfter mit denn wir haben so ein paar eventuell spannende dinge diese woche vor und ich bin jetzt hier gerade in dem kleinen waldstück das zu dem krankenhaus gehört in dem ich entbunden habe denn heute geht die krabbelgruppe los und ich bin jetzt ein bisschen früher losgegangen weil der kleine mann jetzt macht er langsam auf der ist vor einer halben stunde eingeschlafen und ich dachte gehst du schon mal los dann kannst du mit ihm noch eine kleine runde gehen dass er in ruhe schlafen kann also wir machen eine krabbelgruppe nach delphi nennt sich das keine ahnung das einzige was ich weiß ist dass die babys da nackt sind in einem beheizten raum oder einem gut beheizten raum und wir irgendwas mit dem machen ich guck mal wie die hebamme ist die kursleiterin ob ich ein bisschen filmen kann das wäre natürlich schön und dann würde ich euch das zeigen wie so die erste krabbel gruppenstunde für ihn aussieht guck mal da kommen enten hier in diesem wald stück ich zeige euch das mal so sieht das ganze aus in diesem wald stück sind wir damals auch spazieren gegangen als die wehen waren da sind wir immer wieder mit dem jetzt kommen die alle mit dem hund und meiner schwiegermama spazieren gegangen ich habe nichts für euch das eine enten armee hier wir gehen mal ein stück weiter damit der kleine noch so ein bisschen frische luft hier kriegt genau deswegen gehen wir jetzt gleich zur krabbelgruppe ich bin ein bisschen zu früh dran deswegen gehe ich hier in diesem wald stück noch mal ein bisschen spazieren einfach weil so schönes wetter und man muss sich jetzt ja nicht schon in die in den kursraum begeben ich weiß nicht da kann man bestimmt schon wieder hin oder schon rein aber man kann ja auch draußen noch ein bisschen zeit verbringen so lange ansonsten wollten wir die woche zum adac fahren denn wir überlegen ob wir nächste woche spontan in urlaub fahren und zwar würden wir gerne mal das haben wir noch nie gemacht mit einem camper los also mit so einem campingwagen und dafür wollten wir uns die mal angucken beim adac kann man die mieten haben wir schon gesehen bei uns in der nähe ist auch eine station und da wollten wir uns so einen camper mal angucken und dann überlegen wir ob wir nach schweden mit dem camper fahren für zehn tage und ich werde hier von den enten verfolgt seht ihr das angriff der enten ich habe aber nichts zum füttern ich wette hier kommen ganz oft menschen die die füttern und daher sind die so handzahm und sind es gewohnt dass sie hier was zu essen abbekommen wird ein bisschen nervös wenn die enten mich hier so umziehen ich sag ja angriff der killer enten hat jemand von euch die vögel gesehen können auch ganz böse verletzungen zufügen nein ich glaube nicht dass die enten hier irgendwas machen aber man muss sie ja trotzdem nicht aus den augen lassen genau gucken wir was wir die woche noch so machen und einkaufen müssen wir heute krabbelgruppe und dann gucken wir ob wir den wohnwagen diese woche buchen das wohnmobil genau ansonsten kommt diese woche auch noch mein heiß erwarteter thermomix der neue team 6 den bekomme ich diese woche dann würde ich den euch auch gerne zeigen ihr merkt ich bin ein bisschen nervös mit den entchen hier genau wenn der thermomix dann da ist würde ich euch den auch gerne zeigen wie der aussieht was der so kann vielleicht koche ich auch eine kleinigkeit mit euch im thermomix ich freue mich schon total dass ich das schöne stück endlich haben kann und der kleine mann ist jetzt auch wach der hat scheinbar jetzt auch schon ausgeschlafen von daher denke ich dass wir schon ruhig in den kursraum gehen können und zwar ist da auch das krankenhaus seht ihr das das ist direkt hier in diesem waldstück dran angelegen aber da ganz hinten hinter den bäumen das sieht man jetzt nicht da ist die entbindungsstation das ist ein eigenes gebäude und da ist auch die elternschule von dem krankenhaus und da gehen wir jetzt erstmal hin verfolgt von den enden ein 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 trage ist so was habe ich ja nicht ich habe ja so schnell bin betragen ich habe ein hauptteil dass dieses koala kabel band ist diese schnell bin betrage dann habe ich mal super und jetzt eben nach den fidella fusion ach so und ein tragetuch habe ich auch und links link habe ich auch aber damit komme ich nicht wirklich zurecht ja die liegen beide im schrank um und ich konnte gestern nicht mehr wirklich filmen an der camperstation weil man kommt halt in die kämpfer nicht alleine rein sondern nur in begleitung der vermieter also der jeder aufpassen sozusagen und den schlüssel haben und da konnte ich nicht finden wir waren auch jeweils nur so eine minute in dem kämpfer drin haben uns die angeguckt und sind wieder rausgegangen und haben uns auch noch nicht entschieden ob wir jetzt mit dem camper nach schweden fahren oder nicht irgendwie also mein schatz möchte schon und er ist sich ziemlich sicher ich bin auch am zweifeln ob das mir nicht zu klein ist mit so einem camper und ob schweden was für uns ist ich hätte mich eigentlich eher so auf mal wieder so auf strandurlaub gefreut all inclusive hotel und bisschen am pool chillen aber darauf hat er keine lust deswegen werden wir jetzt mal gucken müssen uns die woche dann noch entscheiden weil wenn dann fahren wir nächste woche los mal schauen ihr könnt ihr ich weiß nicht ob das video noch rechtzeitig online kommt falls ja könnt ihr ja gerne unten einmal in die kommentare schreiben ob ihr schon mit dem camper unterwegs war oder und ob ihr schon mal in schweden war gerne alle tipps erfahrungen positive negative einfach unten in die kommentare schreiben ich freue mich über jeden hinweis den ich kriege genau zu mittag haben wir schon gegessen ich habe die reste von dem süßkartoffel curry gestern gehabt und jetzt gerade noch ein eis und habe den haushalt bisher geschmissen so ein bisschen und werde jetzt einfach nur ein bisschen ausrund bis mein mann einer stunde nach hause kommt machen wir gleich noch einen kaffee und was ich euch zeigen wollte ich habe heute neue schnullerketten gebastelt zwei stück und zwar hatte ich ja schon mal ein schnullerketten video gemacht deswegen habe ich das jetzt nicht mal gefilmt aber ich hatte euch auch mal gezeigt dass ich so ein schnullerkettenbastelset noch mal bestellt hatte sozusagen dann mit so silikonperlen und da die schnullerkette von von ihm so ein bisschen anfängt darunter zu leihen also die schrift löst sich so langsam ab und die sieht bald nicht mehr schön aus habe ich jetzt zwei ganz einfache schnullerketten gemacht einfach damit ich die andere als erinnerungsstück schon mal weg legen kann weil ich habe ja mit dem namen gemacht eigentlich damit ich sie noch irgendwann einfach schenken kann oder für mich als erinnerung die ist ja so hübsch und süß geworden und ich will nicht dass sie weiter kaputt geht deswegen habe ich jetzt zwei einfache knullerketten gemacht die zeige ich euch einmal kurz und das sind einmal die schnullerketten das hier oben das ist ja seine eigentliche schnullerkette und wie ihr sehen könnt löst sich dieses kleiner print schon langsam ab und das wäre nicht so schön wenn die komplett kaputt geht deswegen habe ich zwei neue gemacht die sind aus silikonperlen zwei verschiedenen haltern und das ist ja das set dazu das habe ich euch schon mal gezeigt das kann ich euch gerne noch mal in der infobox verlinken da ist nämlich sogar noch ein halter drin also da würde ich sogar noch eine dritte schnullerkette draus kriegen oder man hätte eben mit diesen weißen halter den ihr da seht die mittlere schnullerkette davon sind ja zwei hätte man auch eine kinderwagen kette dazu basteln können aber die haben wir jetzt nicht unbedingt gebraucht deswegen habe ich hier zwei einfache schnullerketten zusätzlich gemacht und die kommt dann jetzt in so eine erinnerungsbox da habe ich auch schon eine perle verloren seht ihr das und der fox hat nur noch ein bein und seht ihr wobei hier in dem licht das kann ich nur so schlimm aus aber wenn ich mich so rum drehe da was das hier für riesen augenränge sind ja die nacht war gar nicht so schlimm auch nicht so perfekt also er kleine schläft im moment im beistellbettchen oder wir legen ins beistellbettchen aber er robt sich nach ein zwei stunden aus dem beistellbettchen in unser bett zu mir ran ich weiß auch nicht wie er das macht weil er sich ja noch gar nicht dreht er robt sich einfach wie so ein würmchen zack 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 aber über beide matratzen drüber oder über diesen kleinen spalt und dann liegt er an mir dran und dann kann ich nicht mehr so gut schlafen weil ich immer angst habe so eng wie es dann da ist dass ich mich irgendwie drauflegen oder sowas ja deswegen die augenringe aber zauberei sie sind weg fast jetzt wackelt das ganze also so wenn ich jetzt fotos machen müsste und geschminkt dann nur in diesem licht verhältnis ist ja nicht schön ist ja nicht so hübsch und jetzt kann man beim team 6 zack und man ist im cookie du direkt drin dann kann man hier auch direkt im cookie du ein bisschen stöbern so nicht schön der macht sich doch ganz toll hier auf der arbeitsplatte oder hübsches gerät und ich bin so happy meine teamleiterin hat mir den heute gebracht und ich habe den jetzt hier stehen ich habe mich hier schon bei cookie du eingeloggt registriert und ich war jetzt eben einkaufen mit dem kleinen schatz und jetzt machen wir erstmal der gemüsepaste denke ich werde jetzt auf herz und nieren einmal testen müssen ich freue mich so dass er hier steht so ich habe jetzt hier das gemüse geschnitten für die gemüsepaste und zwar habe ich hier eine große zucchini mit fünf möhren eine zwiebel zwei knoblauchzehen ich habe jetzt mal eine mehr gemacht als auf dem rezept steht weil wir lieben knoblauch dann habe ich eine halbe paprika und eine große stange porree oder lauch so 150 gramm champignons und eine große tomate die auch ungefähr 150 gramm hat und das ganze werde ich jetzt einmal in den thermomix geben und auf stufe 7 10 sekunden zerkleinern so sieht jetzt das zwischenergebnis aus ich habe jetzt das ganze gemüse püriert ich habe dazu noch ein paar stänge bio basilikum gegeben und ein paar stänge petersilie vom balkon und jetzt kommt das salz und olivenöl und nach von rezept her auch noch etwas weißwein rein ich glaube den werde ich nicht unbedingt rein machen damit ich auch alkoholfrei kochen kann mit der paste und dann muss das ganze gekocht werden und dann kochen wir das ganze 40 minuten war roma stufe 3 mit dem spritzschutz an stelle des deckels und dann kochen wir jetzt das ganze zu einer gemüsepaste und so viel gemüsepaste kam dabei um zwei gläser ich schätze mal was sind das so 300 milliliter und 400 milliliter oder so und ich habe die jetzt ausgekocht und auf den kopf gestellt damit die auch ein bisschen länger haltbar sind da liegen sie meine beiden jungs das nicht süß wie komet sich versuch an ihn ranzuropfen und ranzulegen er wurde gerade die ganze zeit von marius ein bisschen getreten aber es hat ihn nicht so sehr gestört er ist einfach liegen geblieben schätze guten morgen genau so und ich meine wenn es komet stören würde dann würde er einfach weg gehen hat hier genug platz ist nicht gezwungen mit ihm auf der decke zu liegen der hat da hinten eine fette decken ecke er kann sich da zusammenknautschen also platz ist hier auch genug für den hund nicht dass jemand den tierschutz anrufen will